So liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück, euer Van Bergen am Mikrofon aus dem Transfer-Talk mit aktuellen Gerüchten und News aus den internationalen Top-Ligen, Top-Vereinen. Und wenn ich es jetzt schon sage, kommt mir schon irgendwie komisch vor, Top-Spieler, ja, zwei Top-Talente habe ich heute. Die beiden Vereine sind keine Top-Vereine, Bursa-Spor sowie auch Strom-Godzett, ich tue mich einfach immer schwer. Und die Tipe Ligan sowie die türkische Super League sind jetzt auch nicht die größten Hausnummern, was den europäischen Fußball angeht, ohne jetzt, ja, böse zu sein. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass die beiden Spieler, nämlich Martin Oedegaard sowie auch Enes Ünal, eigentlich mehr oder weniger von ihrem Namen leben zurzeit. Die Vereine, wo sie herkommen und die Liga sind jetzt nicht gerade die großen, ja, ja, Prestige-Objekte, mit denen man hausieren gehen könnte. Aber die beiden Jungs sind top-talentiert und deswegen würde ich mich ganz gerne mit euch mal ein bisschen drüber unterhalten, wo landen sie denn jetzt? Wo geht's denn hin? Wir fangen mal vorne an. Den ersten, den ich mir rausgesucht habe, ist der gute Martin Oedegaard. Ihr habt ihn schon gehört, ihr habt ihn schon gesehen. Blondshop von Norwegen, jüngster Nationalspieler aller Zeiten, ich glaube mit 15 Jahren auch jüngster Spieler, der in der Tipe Ligan, in der norwegischen Liga aufgestellt worden ist. Also er bricht so ziemlich alle Rekorde, zumindest was das angeht, wenn man einen jungen Spieler reinsetzen kann. Nun geht's darum, er hat seinen Marktwert im letzten halben Jahr vervierfacht, fast vervierfacht, ist momentan 4 Millionen Euro wert. Und, jetzt kommt's, hatte ein Testtraining. Nicht nur eins, gestern hat man ja gesehen, bei der Wahl zum Weltgesicht des Tages, derjenige, der die meisten Trikots verkauft. Und zwar wurde auch Ronaldo angesprochen, Cristiano Ronaldo wurde angesprochen, ja, was hält er denn von Martin Oedegaard? Und er hat ihm halt eine große Zukunft prophezeit und alles drumherum. Das heißt, er kennt ihn schon und sie haben zusammen, ob die jetzt zusammengetrainiert haben, weiß ich nicht, aber er hat zumindest bei Real Madrid ein Testtraining gemacht. Aber nicht nur dort, sondern auch beim FC Bayern München, bei Liverpool und bei Arsenal. Also der war mal komplett durch ganz Europa unterwegs und hat mal überall testweise trainiert. Und nun ist natürlich meine Frage an euch, wo wird er landen, dass bei ihm recht zügig eine Einigung erzielt werden muss, ist klar. Denn sein Vertrag geht nur bis zum 31.12.2015. Ganz komisch eigentlich, ne? So Jahresverträge, also nicht Saisonverträge, wie wir das normalerweise kennen, sondern wirklich ein Jahresvertrag, der jetzt am 31.12.2015 endet. Und natürlich möchte Stromgott sich das ordentlich bezahlen lassen. Meine Frage an euch ist natürlich, wie hoch wird die Ablöse sein und wo geht er hin? Geht er zu Madrid? Geht er zu Bayern München? Zu Liverpool? Zu Arsenal? Was meint ihr? Wer hätte da die größten Chancen? Ich würde es mir wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Arsenal könnte ich mir am besten vorstellen, weil Arsenal auch dafür bekannt ist, dass die Spieler gut fördern und gut rausbringen. Und junge Spieler auch ein Händchen für junge Spieler haben, eine gute Jugendabteilung grundsätzlich. Aber auch der Arsene Wenger ist dafür bekannt, dass er junge Talente behutsam fördern kann und groß herausbringen kann. Real Madrid finde ich meiner Meinung nach zu früh. Es ist eine Adresse fürs Ende. Das ist dann einfach nur ein Prestigetransfer, dass man ihn gekriegt hat. Bayern München ist jetzt auch nicht dafür bekannt, wenn wir ehrlich sind, dass man junge Talente sehr früh schon aufstellt. Große Spieler, die dann später groß geworden sind, wurden erst ausgeliehen an andere Vereine und haben dort ihre Erfahrungen gesammelt. So handhabt, dass der FC Bayern eigentlich regelmäßig, finde ich auch nicht unbedingt verwerflich, sondern in Ordnung. Und Liverpool kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Bei Milan soll er auch gewesen sein. Ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, FC Arsenal, nun die Frage an euch. Was meint ihr, wo geht er hin und wo wird er landen und was für eine Ablöse wird er haben? Und wenn ihr möchtet, wenn ihr mal ein bisschen Profit spielen wollt, wie hoch wird sein Marktwert nächstes Jahr sein? Zum 31.12.2015. Bin ich mal gespannt, was ihr da so raushaut. Gehen wir mal einen Schritt weiter, damit die Folge auch wirklich beide Spieler beinhaltet. Nämlich der gute Enes Ünal. Der Kerl hat 250 Tore in der Jugend geballert. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, in der Jugend ist das nichts Besonderes. Ich finde das schon enorm, enorm. Und den jagen zurzeit die Bayern. Aber es sind auch noch sehr, sehr viele andere Vereine da interessiert an ihnen. Er ist 17 Jahre alt, hat einen Marktwert von 2 Millionen, ist Stürmer, Mittelstürmer. Und spielt zurzeit bei Buzaspor, hatte dieses Jahr sogar schon Einsätze in der ersten Liga. Nämlich gar nicht wenig, sogar ganze sechs Einsätze. Und wenn ich mal schaue in der Türki Kupasi, das ist glaube ich die zweite Liga oder die dritte Liga, wo er in der Reserve spielt, da ist er auch schon auf 406 Minuten Einsatzzeit gekommen. Hat sogar zwei Vorlagen gegeben. Also er schnuppert so langsam, ja, Profiluft möchte ich sagen. Nun bin ich gespannt, was ihr raushaut. Also, zwei Talente habe ich für euch Martin Oedegaard gejagt von ganz Europa. So wie auch Enes Ünal, der momentan halt sehr stark in Verbindung gebracht wird mit dem FC Bayern München. Was meint ihr? Wo gehen sie hin? Wo landen sie? Und wie sieht ihr Marktwert in einem Jahr aus? So muss ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif und macht's gut. Euer Bergi. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.